ja halli und hallo jemals lieben Freunde und damit darf ich jetzt einen Folge von Let's Play Crash Bandicoot 3, woop, wir grüßen in der letzten Folge haben wir den ersten World Room schon fast fertig gemacht also dass wir noch gegen den guten alten Tiny Tiger kämpfen müssen was wir jetzt mal tun genau, gegen den haben wir auch schon über den Crash 2 kämpfen müssen er war sehr sehr viel Krebs Crash, Coco ja bestimmt bestimmt schaffst du das Teil das ist Cortex der Spaß hi Tiny das sind aber nicht gerade starke Säulen, wenn die so leicht brechen ja ja, komm der schickt uns jetzt nette Löwis ach ne, so erspringt er genau ist auch sehr sehr kompliziert dem hier auszuweichen dann müssen wir ihn einmal schlagen nope jetzt kommen Löwis da kann man eigentlich immer auf einer Stelle bleiben und den dann weg machen ist nicht sehr kompliziert außer es kommen zwei Hände einander, was ich jetzt irgendwie überhaupt nicht erwartet habe gut gut komm nein was mach ich da? ich weiß es nicht fragt nicht außer rumdörpen das war gar nichts so einfach wie ihr denkt das ist echt nicht einfach das sieht aber voll leise raus ich weiß es ist es aber nicht doch ist es ja geht so los Tiny schick mir deine Löwis deine Katzis süße Katzis Katzis ich hab Angst 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 okay so wenn ihr uns jetzt nicht mehr trifft was eigentlich nicht mehr passieren sollte aber bei mir war es mal nie okay war sehr schwer ich weiß hm Super Church Body Slam für den stärkeren äh Belly Flop das ist ein sehr schöner Name ah drücken und dann Kreis ja also wir haben also unser unser Bauchplatsche ist jetzt stärker nice danke ja wir können jetzt quasi in den zweiten Warp rum gehen das hat er uns gerade gesagt und wir können speichern in der Mitte wir können aber auch einfach so speichern habt ihr es nicht gesehen aber ich hab ein Quicksave gemacht du spielst es nicht auf der Rücken der Blödsinn nein weil ich keine Ahnung hab wie ich eine Playstation capturen soll und ich hab mir das Spiel damals gekauft also ist alles okay so nächste Welt warum schreist du mich so an er hat alles und jeden gehasst aber hatte ein gutes Herz er wollte mich fressen tut mir leid dass ich mich dann verteidige so es gab mich vorher schon mal kurz ein bisschen lang gespielt als ich das Spiel gesteuert hab ähm ja und es war mega einfach und man kann hier voll oft an die Seite gehen ist voll lustig ja ich kann mich mit dem Spiel schon ein bisschen aus so hab halt auch echt schon viele Speedruns dazu geschehen auf der in der ESA Gamesland Quick wird das immer geraced zumindest irgendein Teil also ein tolles Spiel oh mein Gott jetzt kommt hier krasse Trivia in der in der in der Palva also in unserer in der europäischen ähm muss man diesen Zauberer hier zweimal treffen krass ne weiß nicht warum aber es ist so vielleicht denken die einfach die Deutschen und die Europäer sind krass als die Amerikaner ja das wird sein Aua ich wollte jetzt in einem Crew so wechseln in den anderen mit einer Drehertei häkeln hat nicht geklappt also ich werde es kaputt machen Dankeschön da ist Nitro hi Nitro wie geht's dir Nitro hallo Crashkopf wie geht's dir Crashkopf mehr Crashköpfe für mich das ist schön weil mehr Crashköpfe für mich bedeutet mehr Liebe für mich und mir lieben sind nicht und in der äh europäischen Version drehen sich die äh ich weiß gar nicht was das da oh wir haben ja gar keinen Aquacom mehr trotzdem sind diese Zauberer fucking schwer und ich krieg jedes Mal Gänse ab wenn ich die wenn eine Formel steht wie gesagt die drehen sich in der amerikanischen äh in der europäischen Version schneller als in der amerikanischen ich hoffe ich hab ich glaube ich schreibe in die in die in die Video beschreiben warum das Spiel auf Englisch ist äh viele Leute gucken das Video oder gucken die im Part vielleicht vor Part 1 und dann kommen nur die Gefangenen ist die ist die hochgegangen ich hab das nicht gehört ist die hochgegangen ist die hochgegangen okay ich hab keinen Bock nachher mit 99 Kisten am Ende da zu stehen obwohl ich gar nicht glaube dass wir hier okay okay wir werden Akku Akku verlieren ich hasse die Viecher scheiß Zauberer wer dachte sich so oh ja komm lass doch da mal Zauberer mit einbauen oh Gott das war knapp ich glaube das könnte sogar reichen also ich glaube wir müssen nicht so ist der Frosch gerade in die Nitro Kiste gesprungen the fuck ah da seht ihr die eine da unten das ist ein bisschen tricky seht ihr schon wieder ein geiles Arrangement vom Mainteam okay ich mache jetzt nur alle kaputt weil das so viele sind ach leck mich doch ich weiß also bei solchen Kisten ist meine Geduldheit echt schnell am Ende Alter Crash bitte springt vernünftig oh ich will nicht das neu haben da wird die Steuerung so perfekt sein weil es ja auf PS4 ist weh wenn die Störung schlecht ist ich bring doch die doch um oder wer macht das wie wer macht das Remaster eigentlich okay wow easy bin der Beste ist uns nichts mehr nur noch die 3 alles klar mach an alter 99 Äpfel reicht aber für ein One-Up wir haben jetzt neu dass ich null Äpfel hab äh Wumpas das sag ich schon selber Äpfel ich wollte grad sagen HDQ hab mich angesteckt aber es ist ja nicht HDQ fucking Firebrothers so Double Kill trennen sich danach trennen sich danach daher verwirrt mich das total wieder alles was es gibt außer hat die einen Relikt ich bin schon toll so nächstes Level Hang'em high das ist jetzt ein bisschen ein längeres Level und ein Level aus Daußen und Dänder Nachts ein sehr schön gestattetes Level kann auch alles strengt werden aber jetzt schauen wir mal so Crash sehr schön hallo du tschüss so dann wieder die Fumpas einsemmeln da oben könnten manchmal Dinge versteckt sein weil du da mega hoch springen kannst aber ist hier nichts ist hier nicht der Fall das hier sind die unnötigsten Gegner ever ey hab den getroffen betrollt mich hier einfach das kennen wir noch aus Crash 2 abgesehen davon dass wir diese Gegner töten können nicht wie die in Crash 2 die waren unverwundbar warum macht man eigentlich unverwundbare Gegner das sind halt auch so Dinge die ich irgendwie nicht verstehe ich glaub das gibt's in dem Teil auch gar nicht komplett unverwundbare Gegner find ich gut hier zum Beispiel die kann man so ein bisschen sehen aber weil dann auch noch irgendwie so richtig 3D mäßig doof platziert ist ist es gar nicht mal so leicht da ranzukommen deshalb muss man da immer aufpassen wenn man alle Kisten so tschüss oh god oh god so wie viel gibt es dann wenn ich schon 26 klingt doch nett werden wir alle kriegen oder nicht das so viel ist meine nächste Folge von Crash Bandicoot 3 nein sind jetzt bei 10 Minuten so kurz muss wenn man zu lange wartet übrigens werden die zu Metallkisten und du kannst sie nicht mehr aufmachen und die zählen dann als verloren und das wollen wir ja nicht wir wollen je nach Möglichkeit alle einsammeln ne das wenn wir das schärfen wer das tut vielleicht mal ja auch doch 100% mal schauen mal schauen wie lang wie schnell wir so durchkommen und ja da 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 oh je komme ich jetzt noch mal hoch warte mal komme ich hier noch hoch okay komme ich hier noch hoch okay sie muss ich eben testen so das war ja auch gerade ruhig weil ich mich so ein bisschen weil ich mein Hirn so ein bisschen anstrengen musste so ich glaube hier kommt eben noch ein Sprungbrett raus was ich eigentlich gar nicht brauchen würde wenn man da auch theoretisch so wenn man sich ein bisschen gut anstellt wenn man sich so ein bisschen oh Gott nicht zu weit bitte crash und auch bitte nicht in den 2D Passagen ins 3D rutschen und runterfallen das ist mir nämlich auch schon oft passiert das ist nicht nett das ist echt gut so weiter geht's könnten die Äpfel sich mal beruhigen danke wie viel ich glaube das könnte sogar wieder hinhauen mit den Kisten stirb oh Gott jetzt sind wir uns hier bei einem bevor der Typ das hier ist echt ein bisschen gemein oh Gott YOLO muss ich machen geht nicht anders wäre bestimmt anders gegangen wieder mit einem Slide aber ich dachte mir jetzt YOLO wer oft von jetzt Aku Aku oh mein Gott der arme Aku 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 sieht mal eigentlich treffen wir die Kiste doch oder wir sind in der Kiste drin hab das nie so richtig verstanden das ist irgendwie ein bisschen schlampig programmiert worden oh hab nicht gesagt doch hab ich das hier an dann das hier dann haben wir wieder alle Kisten Mensch ich bin toll oder so sehr gut sehr gut sehr gut so Leute das ist doch mal wieder ein vielversprechender Part gewesen wir haben Teile besiegt wir haben waren das schon wieder drei Level oder ne waren nur zwei Level oh das nächste Level wird auch wieder besonders ich mach die ich mach die Part ich mach die mach die Part Abschlüsse voll gut dass im nächsten Part irgendwas spannendes kommt und zwar ist das nächste ein Motorrad Level Hawk Ride spaßig wenn du es Casual machst sehr 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 anstrengend wenn du Relikt und Edelstein bekommen willst aber was genau das ist sehen wir in der nächsten Folge von Gäspiel in die G3 wow wenn ich diese Folge habe da habe da habe da habe da habe da Daumen nach oben oder Kommentar da Link zuerst eine Folge zu Playlist von dem Projekt zum Retrofighter zum Kanal und tolle Sachen in der Endcard Social Media Links in der Beschreibung einen schönen Tag wir sehen uns im nächsten Video und ja was ist es noch zu sagen außer Tschüss Silly Tschüss Tschüss